Alex, was hast du? Ich habe eine Apple-Musik-Up auf dem macOS, die ich so gar nicht mag. Also die Musik-Up auf macOS ist ganz grausam, finde ich. Also ich mag die nicht anschauen, ich mag die nicht bedienen. Die kann einmal neu geschrieben werden, wenn ihr mich fragt. Und deswegen möchte ich die so wenig wie möglich offen haben. Und deswegen benutze ich eine kleine Zubehör ab. Die nennt sich Sleeve. Sleeve 2 ist vor wenigen Monaten mal aktualisiert worden auf eine Version 2, die so eine Steuerung von der Musik-Up und auch Spotify und auch Doppler ermöglicht. Und die klebt einfach so ein Widget-artiges Interface auf euren Desktop und lässt die Bedienung zu, zeigt aber auch schön an, was gerade spielt. Und die lässt sich ganz nett gestalten, wie ich finde. Also man kann da unterschiedliche Größen der Artworks einstellen. Man kann anzeigen lassen, ob man gerne den Künstler und das Album sehen möchte oder auch nicht. Und ja, lässt sich frei platzieren und ermöglicht mir halt, dass ich sowohl die Bedienung, obwohl die Bedienung im Hintergrund steht, die kriege ich auch so hin, sondern einfach so eine Darstellung der spielenden Musik habe. Und ich bin irgendwie ein bisschen, also ich finde die sehr hübsch, die ist sehr hübsch geworden. Also als Interface finde ich die sehr nett für die eigene Musik. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen übergegangen. Ich hatte, YouTube ist ja eine Fundgrube, nicht wahr, von wilden Videos. Unter anderem halt auch so ganzen Lo-Fi-Kompilationen von Musik. Und das mag ich eigentlich sehr gerne abspielen. Und im Browser ist mir das ein bisschen zu überladen alles. Der Browser, also gerade YouTube als Webseite, ist natürlich extrem überladen. Deswegen im Moment lade ich die gerne runter, stopfe die Musik ab und dann spielt dort der zwei Stunden Lo-Fi-Track. Und Sleeve gibt mir die Möglichkeit, das anzuzeigen ganz nett und auch die Steuerung zu übernehmen. Und finde ich eine nette, kleine, es gab mal, ich komme nicht auf den Namen, aber es gab sowas früher mal, und ihr sicherlich kennt die bestimmt, vor vielen, vielen Jahren hat eine deutsche Entwicklerin mal ein Produkt auf den Markt gebracht, dessen Name mir einfach die ganze Zeit jetzt nicht einfällt. Die ist dann zu Apple gegangen und ich glaube, ist jetzt wieder eigenständig unterwegs. Aber die hatte ein ähnliches Produkt, was so eine, ja, Widget-artige Darstellung und Steuerung von Musik-Cover-Artwork mit kleinen Controls auf dem Desktop ermöglichte. Ja, das ist Sleeve und ist modern, ist up-to-date und hat allerlei noch zusätzliche Optionen, aber funktioniert für Spotify und für die Musik ab. Und wenn du deine Musik lokal bei Doppler hast, dann funktioniert das sogar auch. Kava Sutra, ne? Kava Sutra war das, genau. Auch eine sehr, sehr schöne Anwendung aus sehr, sehr alten Tagen. Das muss man schon ältere Zuhörer sein, um das noch zu kennen. Ja, also eine moderne Make-up für die Musik ab als Zubehör. Ich habe eine Frage, also eine ernsthafte Frage, weil ich habe sowas für die Menübar, weil ich die meiste Zeit, wo ich an meinem Rechner sitze, meinen Desktop nicht sehe. Ja, ja. Also, wie? Fragezeichen. Ja, ja, also es gibt eine Option. Gute Frage. Sehr gute. Danke, Basti, für diese sehr gute Frage. Es gibt eine Option zu sagen, diese Up liegt immer über allem. Das Fenster liegt immer oben drüber. Das ist problematisch. Danke. Gebe ich dir recht. Ja, gebe ich dir recht. Und hier kommt wahrscheinlich der unerwarteste Aspekt der Antwort. Ich habe im Moment ein Zwei-Monitor-Setup. Ja. Wie bitte? Ist das erlaubt? Ja, nee, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber ich probiere gerade was aus und ich habe so einen zweiten Monitor neben mir und da liegt dieses Widget-artige und da sehe ich Desktop ganz viel und da können wir ein anderes Mal drüber sprechen, aber ich habe da Platz gerade, sehr viel Platz und da ist es dann sehr gut untergebracht. Ohne die erste Option, das zu überlagern. Aber ich kann schon verstehen, also dieses Problem werden ja auch Widgets letztendlich haben mit der nächsten macOS-Version. Ja, also du hast natürlich immer den Tastatur-Shotcut, alle Fenster auszublenden und dann vielleicht auf die Widgets oder, ja, zuzugreifen. Es gibt verschiedene Optionen, aber ich sehe da einen Punkt. Also, dass man da vielleicht die Menubar benutzen möchte, ist verständlich. Es ist allerdings auch nichts, was ich jetzt dauerhaft einsehen möchte oder bedienen muss und so weiter. Da gibt es ja auch Tastaturkürzel für. Ja, ich hätte, also ich würde mir nur wünschen, also der Grund, warum ich eine App habe, die, die das anzeigt in der Menubar ist, dass ich immer, wenn was spielt, sehen möchte, was da, wie der Song oder der Artist gerade heißt, der da spielt. Ja. Der Nachteil ist, die Apps, die es dafür gibt, die das unter anderem mit Spotify machen, die sind hässlich wie Schwein. Ich bin einfach sehr froh, dass die in der Menubar nichts als Text anzeigen. Aber selbst der Text hat halt Luft nach oben. Und das, wenn ich mir jetzt Sleeve angucke, das ist jemand, der offensichtlich sehr genau weiß, wie man eine schöne App baut. Ja, Geschmack, ne? Und ich würde mir jetzt wünschen, dass die Person hingeht und sagt, weißt du was, ich baue eine Funktionalität ein, die dir einfach nur die Information über das, was du da gerade spielst, in der Menubar anzeigt. Und wenn du draufdrückst, er fadet direkt drunter dein ausgewähltes Theme ein. Und du kannst dann damit interagieren. Das würde ich mir wünschen, weil dann wird sie wahrscheinlich nicht aussehen wie Hund. Und vielleicht bin ich einfach auch nur neidisch. Es ist nämlich eine sehr schöne App. Es ist ernsthaft eine sehr, sehr schöne App. Und ich meine, es gibt auch so Hotkeys, da kannst du es halt in den Vordergrund bringen. Ja, also wenn du zum Beispiel dir einfach merkst, ein Hotkey aufnimmst, dann kannst du halt immer sagen, okay, anstatt alle Fenster auszublenden, kannst du einfach den drücken und dann wird es eingeblendet. Weißt du, über alle anderen Fenster. Sie haben schon, sie weigern sich, glaube ich, ich versuche gerade zu klicken hier, aber Menubar ist nicht vorgesehen. Das ist, glaube ich, es erspricht nicht dem Konzept. Aber sie versuchen, das darzustellen, was möglich ist. Und mit den Tastaturkürzeln ist das vielleicht dann eine Option, dass du das dir kurz anzeigen lassen kannst und dann auch wieder aufnimmst. Ja, das wäre tatsächlich vielleicht eine Möglichkeit, das man mal ausprobieren kann. Kostet halt ein Fünfer oder fünf, sechs Euro kostet es. Ja, ja, genau. Und ich finde es halt eine sehr, sehr hübsche Möglichkeit. Ja, gut. Link ist in Show Notes von der 859.